In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Terminus in frühen Runden schon 32.000 Punkte haben könnt. Und ihr braucht auch nicht viel dafür Leute, am besten nehmt ihr einmal hier dieses Kaugummi legendäre Wandkraft mit, wenn ihr das habt, so dass die nächste an der Wand gekaufte Waffe Pekka Punch verbessert ist und als nächstes Kaugummi nehmt ihr doppelte Punkte einmal mit Leute. Wenn ihr dann beides einmal habt, dann joint in das Spiel und geht an die Kaugummi Automaten und jetzt versucht ihr erstmal die Kaugummi zu ziehen, die wir brauchen. Einmal doppelte Punkte und Wandkraft. Wir brauchen jetzt nämlich die ASG 9 Shotgun Pekka Punch verbessert. Dazu benutzen wir einfach unsere Wandkraft Kaugummi und gehen an den Wall bei Staminup und kaufen die ASG 9 Shotgun. Diese Shotgun brauchen wir jetzt, weil ohne diese Shotgun kriegen wir nicht so viele Punkte. Wenn ihr dann am Hof seid, wo ihr auch Juggernaut kauft, seht ihr diesen Basketballkorb Leute. Und hier oben auf dem Dach habt ihr einen Basketball und wir müssen jetzt den Basketball in diesen Korb schießen und das mit der Shotgun. Geht dafür hier nach rechts wieder auf die andere Seite vom Juggernaut, hier auf diese Kisten drauf und jetzt ist das Ganze ein bisschen knifflig Leute. Ihr müsst einfach so springen und ungefähr in diese Richtung schießen, bis ihr so ein Hitmarker Symbol bekommt. Und wenn ihr das Hitmarker Symbol bekommen habt, dann habt ihr auch den Ball in den Korb geschossen, wie ihr hier sehen könnt. Und dann fliegt da ganzes Geld raus. Weil ihr das mit der Shotgun gemacht habt, gibt es jetzt 16.000 Punkte. Und darum müsst ihr jetzt das doppelte Punkte Kaugummi aktivieren und ihr könnt jetzt 32.000 Punkte vom Boden aufsammeln. Das könnt ihr auch mit eurem Team machen, falls ihr nicht Solo spielt, sondern im Team spielt, geht das Ganze auch Leute. Und ihr könnt sogar dieses Kaugummi Gewinnbeteiligung anmachen, sodass dann jeder Geld bekommt. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern und ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du in Zukunft immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.